Hallo, wir sind Toni und Angelina von der Lebenshilfe Kindergärten in Bad Kreuznach und Simmertal und wir haben uns überlegt, dass wir für die Kinder, die jetzt nicht kommen dürfen, ein kleines Unterhaltungsprogramm machen für zu Hause. Es gibt auch Kinder, die hier in der Notgruppe sind. Vielleicht noch was zu uns. Die Angelina ist unsere Physiotherapeutin. Die wird kleine Bewegungseinheiten machen, die man zu Hause auch nachspielen kann. Uns ganz wichtig zu Hause, vielleicht auch noch was zu machen. Und Toni ist unser Heilpädagoge, der wird... Moment, nicht alles verraten. Das können sich die Kinder ja auch im Video angucken, oder? Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Mihanem. In dem Sinne, tschüss. Tschüss. Ich hab die Grafen noch vergessen.